Tamam, tamam. Sorry, Brahim. Was ist das für ein Hintergrundbild, du dummer... Was ist das für ein Thumbnail, Digga? Guck mal bitte, was ist ein Thumbnail? Macht mal Wette, Motz, ja? Guck mal bitte, was ist ein Thumbnail? Was ist das denn? Wir gehen rein. Ist schon, okay. Tamam, ich küss eure Augen. Wer mitmachen will, Pro Lacher, ein Zapf von zu Hause. MCP, Free District. Bruder, was diese Bilder? Ich küss dein Auge, mein Bruder, zu spät gelesen. Aber vielen, vielen, vielen Dank für den Zapf. Wir gehen rein, Adredis, ich küss eure Herzen. Mal gucken, was abgibt. Wenn ihr in dieser Welt überleben wollt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, Warpad zu downloaden und bis Level 8 zu spielen. Fortnite. Dieser Zug fährt nach Syrien Hauptbahnhof. Achtung, nächster Station Damaskus und Aleppo. Wie geht's? Ja, Sammy Übersetzer. Du Wichser, Digga, ja. Du bist so ein Wichser. Aber was heißt das? Was habe ich da gesagt, Radice? Was heißt das? Hat das eine Bedeutung? Ich habe sehr gelacht, heißt das. Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Alle, Bruder, der wurde ruiniert, ja. Guck mal, der will abhauen von da. Er denkt, ah, bo. Der war gut. Das war gut, der Meme. Ja, der war okay. Das wäre so ein Meme, Miss Delarue hat sich totgelacht. Aber bei mir, nee. Das war so unlustig. Das war so unlustig. Das war so Mr. Bean Humor von 2004, Digga. Aber wenn ich normalerweise gehe, schau. Das ist nur ein Bedeutung. Der war okay, der war okay, der war okay. Lieber Gott, du hast mir Kindheit gegeben, hast du mir weggenommen. Du hast mir meine Jugend gegeben, hast du mir weggenommen. Seit paar Jahren hast du mir eine Frau gegeben Ich wollte dich nur mal daran erinnern, dass du Bescheid weißt Boah, ich brauch den Clip, ich muss den meiner Frau schicken, ja? Bruder, ehrenlos, ja? Ehrenlos, Bruder Nein, ich hab nicht gelacht, ich hab nicht gelacht Ich war geschockt Guter Kumpel von mir Nein, alles entspannt, alles entspannt, Redis Weil ich an der Unterwäsche von seiner Schwester gerochen hab Weiß nicht, ob es jetzt daran lag, weil sie sie noch anhatte oder weil die Eltern dabei waren War auf jeden Fall eine komische Beerdigung Wauw, der war auch gehad Der war auch gehad Wauw, da war auch gehad Wauw, der war auf jeden Fall eine komische Beerdigung Boah, der war auch gehad Wauw, hallo! Das ist okay, das ist okay. oh mein Gott das ist schwer das ist schwer das kennt jeder oh mein Gott das kennt niemand Leute geht zu be nice doch sind nur scheiße ich esse Döner mit Juppi nicht nur nicht 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 es ist nicht Okay, wir können weiter zocken. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, brah. Wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Vala mach, para, inshallah, nützt das was. Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße. Baba Ich hab's gut durchgehalten, ja? Ich hab's gut durchgehalten. Waren lustige Sachen dabei, aber Bruder, nicht mit mir alle.